Vorgebeugtes Seitheben Den Oberkörper vorbeugen und die Beine anwinkeln. Den Rücken gerade halten. Die Hände bilden eine gerade Linie mit den Schultern und die Ellenbogen sind leicht angewinkelt. Ohne den Ellenbogenwinkel zu verändern, die Hände nun in eine Achse mit den Schultern führen. In die Ausgangsposition zurückkehren. Untertitelung des ZDF, 2020